ARD Text im Auftrag von Funk Wir müssten mal, vielleicht müssten wir jetzt schon ein bisschen so Strategie ausdenken. Ja, wäre nicht schlecht. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, das wäre noch gut, wenn alle hier wären. Ja, das Problem ist, wir wissen jetzt gar nicht genau, was wir machen sollten. Und wir können auch nicht so weit weg, da die anderen alle zu uns finden müssen. Ja, jetzt müssen wir schnell mal schauen, was würdest du am besten denken, was am gescheitesten wäre? Ich denke mal etwas, dass man zum Beispiel, wenn es dann um Krieg geht, eine Location wählen, die sicher nur schwer begehbar ist. Logischerweise vielleicht sogar nur durch einen Weg, der zu unserer Burg sozusagen führt. Genau, hallo Creeper. Den wir dann auch gut überwachen können. Nee. Ernsthaft. Was hast du jetzt gegeben? Kannst du meine Sachen mitnehmen? Ja, ja klar. Ich glaube, Hardcore ist zu hart für uns. Scheiße. Ja, komm. Ich sag dir dann kurz mal. Ja, ich weiß circa, wo ich durch muss. Noob, noob, mach dazu. Schmiedekunst haben die. Okay. Nee, langsam wird's peinlich. Aber war das schon immer so, dass ein Creeper eine Explosion dich gleich tötet? Nee, ich denke nicht. Ich hab sie schon in Erinnerung. Wobei du hast ihn ja noch gesehen. Ja klar, ich hab ihn angegriffen. Ja. Aber trotzdem. Du hast gesagt, du weißt wo. Ja, ich hoff's. Sonst kannst du mir ruhig mal die Koordinaten durchgeben. Ähm, ja. Wir sind x etwa minus 180 und z etwa minus 150. x minus 180? 80, 90, 180, 90 etwa. Und z minus 150. Okay. Das ist wirklich Harkor. Ja. Ah, ich seh dich. Siehst du mich? Ja. Ah ja, genau. Dann war's ja nicht so weit. Ich brauch schon wieder was zu essen. Ja. Hast du mal eine Sache? Wie unten? Dominik? Ja, aber... Wollen wir die hinten mal teilen? Ja, wäre nicht schlecht. Okay. Wäre dir sehr dankbar. Wie bist du? Kann ich meine Axt wieder so übernehmen? Ich nehme mein Schwert. Ah, wie schon jetzt? Ja, klar. Axt habe ich hier. Pole. Schwert. Ja, die kann ich mal behalten. Ja, klar. Das ist etwa... Ja, das ist schon noch gar nicht so. Und hier habe ich noch einen anderen Spieler gesehen. Wie bitte? In anderen Spielen habe ich gesehen. Ah, ja, genau. Ich weiß gar nicht, darf man jetzt am Anfang schon töten? Ähm... Ich denke nicht. Also, ich schlage vor, wir greifen nie zuerst an. Jetzt vor allem am Anfang. Ja, wir sind nur zu zweit. Was wollen wir gegen ein Vierer-Team oder so machen? Also, sie sind ein bisschen Noobs. Ne, sind wir... Ja... Wir haben einen Pass. Bin ich generell nicht schlecht, aber... Ja, schon. Du baust einfach hässlich. Ne. Warum kannst du nicht? Ja, würde ich ja nicht sagen. Nein. Ich schaffe, schaffe, schaffe. Genau, das weiß ich nicht. Hier hast du noch mehr? Da hinten hast du noch eines? Wie viel Wolle hast du? Ein Stück. Okay, ich habe fünf. Dann reicht's. Ne, ich habe vier. Stimmt gar nicht. Hier ist noch eins. Das ist gar nicht. Ich habe zwei. Okay, sehr gut. Dann reicht's. Ich esse kurz was. Wollen wir eine Bude in einem Dschungel bauen? Können wir, ja. Können wir sowas? Ich hätte jetzt vorgeschlagen, entweder Dschungel oder hohe Berge. Oder Wald. Oder Wald. So, dass man jetzt nicht gleich... Oder an der Küste. Ja. Damit wir mit Booten abhauen könnten. Ja. Wäre das dann praktisch gut. Ich weiß, wie sie es machen können. Wie? Ich glaube das geht. Wir machen... Wir könnten es auf dem Wasser machen. Eine Brücke ans Festland. Wenn die nachher kommen, haben die nur einen Weg sozusagen. Die Brücke. Den können wir gut nehmen und... Und ich denke jetzt mal... Ich denke jetzt mal... Die könnten schon übers Wasser kommen. Aber ich nehme jetzt an, wir haben die besseren Chancen. Denn wir müssen ja nicht schwimmen. Die werden nicht besser vorbereitet. Wir können gut stehen, wenn wir Bogen kamen. Du würdest jetzt dir auch sagen, so im Wasser ist Bogen. Zu schießen ist schwieriger als auf einer Mauer zu stehen. Ja, vor allem ist es... Wenn du im Wasser bist, bist du ein Bogenopfer. Das war schon immer so. Ja. Das wird auch so bleiben. Und wir könnten den Boden abhauen. Wäre noch eine gute Idee, oder? Ja, wäre auch noch. Ziemlich cool. Da können wir jetzt sozusagen so eine künstliche... Insel so bauen und dann... Eine große Mauer drum und... Innen drin dann... Ja, hab's gesehen. Und innen drin nachher unsere Häuser. Bam, vielleicht noch. Ich glaube wir nehmen noch ein wenig Holz mit. Das können... Das finde ich jetzt nicht so schlecht eigentlich. Wir müssen auch schon viele Folgen, dass wir aufnehmen. Denn... Ja. Ja, ja. Wenn dann die anderen kommen, damit sie auch noch was machen können, aber... Ich würde trotzdem... Ja, weißt du wie lange der... Basis bauen? Ja, klar. Das wird sich schon ziehen so ein... Seine Festung zu bauen. Ja, klar. Da können wir noch... Die werden wir... Ich sehe erst jetzt die Scheiße, wie wir eigentlich vorbereitet waren. Wir haben keine einzige Sekunde darüber nachgedacht. Ja, wir hatten auch gar keine Zeit. Ja, genau. Wie wir eigentlich uns erzeugt waren. Ja, genau. Das Problem mit Dominik und dann... Ja, genau. Und dann... Dann ging's auch schon nur. Ja. Ja. Wir... Ich starten immer so aus. Wollen wir hinter diesem Hügel machen? Dann haben wir ja noch einen kleinen Sichtschutz. Ja, können wir mal. Ich kann wieder mal nicht sprinten, oder? So? Wir sind schon... Wir sind schon... Wir sind schon wie... Okay. Wir sind schon voll die Prost. Das... Muss man sagen. Oder wollen wir auf dem Hügel der Rübel? Wir können theoretisch diese... Was wir natürlich auch machen können, wäre eine so fertige... Fertige Halbinsel. Als... Insel zu brauchen. Dann hätten wir auch einen. Also Bäume wären... Ich finde deine Idee schon... Ich finde deine Idee schon gut, wenn's... Nicht gut sichtbar ist. Aber das bringt dir auch nichts mehr, wenn sie dich sehen. Wir müssten theoretisch beides beachten. Also, dass sie uns nicht gut sehen. Aber im Notfall auch gut... Da müsste ja ein Meer sein. Weil so können wir... Können sie von allen zeigen kommen. Und auf den Bergen finde ich immer ein wenig scheiße, muss ich sagen. Ja, Bergen sehen sie dich, aber... Wir können so... Aber zu hoch laufen brauchst immer so lange. Also, wir machen so einen Geheimgang. Ja, da muss ich trotzdem hoch. Ja, schon. Oder hier auf dieser Halbinsel hier. Wir haben noch keine Ahnung, wie groß das überhaupt wird. Wobei, anbauen können wir ja immer. Schau, hier ist das Wasser nur ein Block tief. Ja, ich sehe dich. Da können wir die Welt ein wenig erweitern. Jetzt sind wir ein wenig... Wo bist du jetzt hin? Warte, ich komm auf die Insel. Ich kann nicht hin. Ja. Na, da bist du. Warte ich. Und dann können wir die Insel einfach erweitern. Hinten hätten wir vielleicht noch einen Berg, der wir jetzt anbauen können. Genau, und dann ein wenig die Grundmaterialien. Ja, wir können noch. Wäre das eine gute Idee? Ja, komm, wir machen das. Wir haben hinten noch einen schönen Fluss, würde ich sagen. Ja, ich mache eine Cracking Table. Warte, ich habe eine. Vielleicht hätten wir noch mehr Wolle mitnehmen sollen für die anderen. Ich habe vier Stück. Ne, fünf. Okay, ich mache mal eine Schaufel. Oder, ne, hast du noch eine Axt? Äh, eine Pickaxe? Nein, halt. Kann ich dir kurz. Ja. Da können wir theoretisch noch künstlich so, siehst du hier, so wie einen Bogen machen. So, wie einen halben Bogen von vorne. Ja, können wir machen. Dann müssten sie über das Wasser kommen. Genau. Ich hole einen Mini-Stein. Darf man so? Darf man sich selber so, ähm, über die Mauer bauen und so. Ja, klar. Die Gegner dürfen sogar über die Mauer drüber. Ja, ja. Einfach indem sie Blöcke setzen. Machst du mal zwei Betten? Ja, komm. Ja. Aber ich muss mal in den Ofen noch setzen. Hast du noch eine Bisschen? Ja, auch hier. Aber nicht töten würde ich vorschlagen. Nee. Aber wir brauchen Karotten. Dafür müssen wir Zombies töten. Ich mach mal ein Bett. Ich kann nur ein Stück machen. Okay, ja. Ich komm gleich wieder. Ich setz ihn mal rein. Haben wohl alle schon ein Bett? Ich glaub's nicht. Schaufel zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Was? Schaufel zu finden ist manchmal nicht so einfach. Aha. Ja, gibt's nicht so. Ich bin kein Bett. Ich muss noch genug essen. Ähm, nee, es wird noch. Okay, der Creeper kommt auch schon. Wieso sehen die Betten so verkrüppelt aus? Was soll das? Ohja, ich hab schon meiner Becken schon zu motzen Hast du genügend zu essen? Ich hab jetzt noch zwei Partnerhüben Scheiße, wir haben gar keine Schadenheit Achtung Zombie Ich leuchte irgendwie nicht aus Wir brauchen unbedingt Wacht zu werden Ja, aber ich glaube das geht eigentlich so Das braucht man immer nach Aber das Schlafen wäre jetzt auch schwer Wir bleiben hier Ja Soll ich mal am besten Pflanzen zusammen Ja, ich bin mehr drin Hast du dich schon ins Bett gelegt? Sonst wenn du stirbst Sonst wenn du stirbst Ja Ich versuche Samt rauszukriegen Ich hab schon Machen Ich hab schon Machen Die Fakten sollen bestehen bleiben Ah komm, wir müssen nicht so Machen Dass die alle gerade im Wasser ankommen Ja Dass wir im Wasser ankommen Hast du die hackt gemacht? Ach ne, die gehen schon ein wenig nach hinten Ja, zwei, drei Blöcke Das müssen wir sehen Ne, auch sogar mehr Und relativ weit im Radius Scheiß Pflanzen Scheiß Pflanzen So Kannst du noch mehr? Äh Nur etwa ein Stück Weizen Weizen Ne, ähm Den Boden so Ähh Wie nennt man das? Aha Keine Ahnung Ja, Dingsl Wo genau? Einfach hier Diesen Bereich In diesem Bereich Danke Perfekt Fick 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 Vielen Dank.